Freunde, es ist wieder soweit. Ich bin Nico von den Naikas und wir befinden uns wieder beim besten Projekt des Jahres. Ihr könnt wieder abstimmen. Und ja, das Auflösungsvideo, was kommen wird, dann in exakt... Lass mich überlegen, heute ist ja der Mittwoch, der 30. Dann ist es genau, in exakt zwei Wochen am 14. nämlich, ist das Ende der Umfrage hier. Und dann wird sich herausstellen, was das beste Projekt 2016 geworden ist. Und dann werde ich auch nochmal alles zur Pause sagen, die jetzt kommen wird. Das letzte Let's Play habe ich ja jetzt hochgeladen, die letzten Parts, Mario World. Und das letzte Video auf diesem Kanal vor der Pause wird dann die Auflösung zu dem besten LP sein. Hier jetzt aber erstmal die Kandidaten. Stelle ich ja mal vor. Und zwar fangen wir an hier mit Ihr habt eine Stimme. und ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Viel Spaß beim Abstimmen. Der Link ist unten in der Beschreibung zum Formular. Bis dann und ciao, ciao.